Wunderschönen guten Morgen Leute oder eher guten Mittag. Lena ist gerade unterwegs ein Paket für mich holen und da klingelt sie auch schon. Da ist auch schon das magische Paket und ich glaube da sind keine Supplemente drin oder Schatzi? Nein. Lass das Ding jetzt auch mal aufschneiden. Ist ordentlich verpackt, es muss wertvoll sein Leute. Wer sich so viel Mühe bei der Verpackung macht, der muss etwas wertvolles zu verbergen haben oder zu liefern haben. Da ist es. Soll ich es weiter aufmachen? Ja, gut. Okay, okay. Was haben wir denn hier? Kid Cuts, Peanut Butter. Was ist das? Das ist einiges und deswegen muss ich mich erstmal kurz hinsetzen, den Schock verdauen. Mega coole Sachen. Also, das ist wahrscheinlich mein Highlight. Reese's White. Ultra lecker. Oder auch, wo sind die? Take 5? Ist das ein Take 5? Yes, Take 5. Richtig cool und süß. Ist super lecker, also das passt ja eh immer richtig gut. Kann ich euch wirklich empfehlen. Aber auch sowas hier hatten wir noch nie, ne? Grandmas Peanut Butter Cookies. Oder hier, guck mal, Reese's mit so Schoki drin. Oder Reese's mit noch mehr Peanut Butter drin. Oder M&Ms mit Peanut Butter drin. Oder Snickers mit Peanut Butter drin. Oder sowas hier. Haben wir noch gar nicht gehabt. Natural Butter. Das ist cool, ja. Oder für den kleinen Genuss, ne? Miniatur Dinger. Und auch Creams. Also, Creams sag ich schon von den ganzen Rocker Produkten. Ich meine so Aufstrich. Und auch Reese's, Nutella sozusagen. Peanut Butter Schokolade. Aufstrich. Oh mein Gott. Also, das ist nicht gut für die Diät, Leute. Außer natürlich hier, ne? Sugar-free Reese's. Ich glaube, die haben jetzt nicht weniger Kalorien, aber I don't know. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und was auch ganz cool ist, Leute. Die haben uns auch Cereals, also Corn Flakes, sag ich mal, zugeschickt. Captain Crunch Peanut Butter. Das ist was, was viele Fitness-YouTuber aus Amerika essen. Also, wer auch irgendwie Fitness-YouTube in Amerika verfolgt, der wird das kennen. Oder hier, Reese's Puffs. Mega geil. Auch deinem Bruder wird's mega feiern. Mein Bruder wird, ja, der isst jeden Tag wahrscheinlich zwei Servings. Ich spreche nur noch Englisch. Zwei, wie nennt man das? Servings? Zwei Portionen. Zwei Portionen. Zwei Portionen. Corn Flakes. Und das Ganze haben wir zugeschickt bekommen von dem Online-Shop peanutbutter.de. Vielen, vielen Dank dafür. Wir werden auf jeden Fall extrem viel Spaß mit dem Paket haben. Ihr habt echt an alles gedacht, würde ich sagen. Und wir, wir machen jetzt was ganz Tolles, aber ich weiß noch nicht was. Wir haben noch nichts geplant. Ich hab's schon geplant. Du hast schon was geplant? Okay, was machen wir? Wir gehen essen. Sehr gut. Dann bis gleich. Ich hab's schon geplant. Willkommen zu einem ganz kurzen Trainings-Voice-Over. Und zwar soll es um die gute alte Kniebeuge gehen, die viele eben nicht auf die Kette bekommen mit einer guten Technik. Und das liegt meistens an zwei Faktoren und zwar Sprunggelenksmobilität fehlt oder Hüftmobilität. Und die Sprunggelenksmobilität können wir ganz einfach mit dieser einen Übung, wo ich die Stange auf die Oberschenkel gelegt hab, ausbessern. Und wenn du nicht weißt, was ich meine, dann spule einfach 90 Sekunden zurück oder optional noch viel besser, gib auf meinem YouTube-Channel perfekte Kniebeuge ein. Und das zweite ist, wie gesagt, die Hüftmobilität. Und hier gibt es natürlich auch diverse Dehnübungen. Aber das Einfachste wäre es einfach, mehrmals am Tag in die Tiefe Hocke zu gehen für zwei bis fünf Minuten. Und das kannst du natürlich auch während des Fernseherguckens machen oder meinetwegen während du auf Instagram rumsurfst oder sonstiges. Hauptsache, du gehst halt in diese Position, in diese Endposition mit einer guten Technik. Das heißt, versuch die Knie dabei rauszuschieben und dann werden genau die Muskeln gedehnt, die du später auch bei der Kniebeuge haben möchtest. Und es bringt uns natürlich nichts, einen Spagat zu können, wenn wir eben nicht die passende Mobilität in der passenden Bewegung haben. Und ja, wenn du jetzt keinen Spagat im Training machst, dann musst du es auch nicht können. Und wenn du keine Zeit verlieren willst und ab heute den besten Weg fahren möchtest, um das Beste aus dir rauszuholen, also mehr Erfolg in kürzerer Zeit, dann schau dir einfach mal das Muskopäde an. Dort gibt es alles Relevante für dich, von Trainingsplänen bis zu Übungstutorials, viel Theorie, viel aus der Praxis. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben und ansonsten viel Spaß bei dem weiteren Vlog. So, bevor der wieder hier Faxen macht, erstmal anschnallen, Leute. Das ist immer so ein Struggle, ne? Ohne Witz ist es so ein Struggle. Die müssen mal Bodybuilder-gerechte Gurte bauen. Es gibt ja Welte, die fahren... Okay, ich schnall mich erstmal an. Schieß los, Jetsi. Es gibt ja Gurte, die werden so nach vorne gefahren. Dann musst du nur noch so machen. Krasse Sache. Wusstest du das nicht? Ne. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Ja, das ist so ein Halter und das fährt dann so nach vorne und dann kannst du den Gurt so nehmen. Never seen. Never seen something like that before. Eine andere Sache, Schatzi. Die Leute fragen uns ja ziemlich häufig wegen den Serien, die wir gucken. Lass mal eine Top 5 erstellen, sozusagen. Unsere Top 5. Ich würde sagen, wir nennen sie jetzt nicht in der Reihenfolge nach oder so, sondern sagen einfach die Top 5 Serien. Also zählen sie einfach nur auf. Genau, wir zählen sie einfach nur auf. Genau, darauf wollte ich hinaus. Auf jeden Fall, klar, Game of Thrones. Game of Thrones, würde ich auch sagen. Ist aktuell auch wieder am Start und deswegen umso besser. Die neueste Staffel ist super gut. Ja, es ist die beste Staffel, finde ich. Also wirklich so toll gemacht auch. Richtig cool. Richtig cool. Und dann nenne ich einfach als nächstes Westworld. Westworld. Ist ein Geheimtipp oder die meisten Leute kennen das gar nicht. Ja, da gibt es auch eine Staffel bis jetzt und ich glaube auch nicht auf Deutsch, sondern nur im Englisch mit Untertiteln. Keine Ahnung. Und Hammer. Hammer Leute, Westworld ist einer meiner Lieblingsserien. Ist ein bisschen komplexer, muss man sich auch sehr konzentrieren. Ja. Aber super. Yes, genau mein Ding. Bist du dran? Suits? Yes, Suits ist auch eine Hammer-Serie. Kann ich auch jedem empfehlen. Ist halt so, eigentlich man denkt, Anwaltsserie langweilig, aber... Hammer. Ist Hammer. Ist ganz cool. Wieder eine neue Staffel jetzt draußen. Yes, das ist natürlich immer optimal. Und dann würde ich sagen, haben wir noch zwei. Ich nenne jetzt einfach mal Sherlock. Ah, das ist die Serie, ich musste ihn zwingen. Wir haben eine Folge geguckt, eine einzige. Die erste Folge war cool. Das war total blöd, irgendwelche Detektiven und dann... Ich hab gesagt, ich mag keine Krimis, Baby. Aber du magst Krimis? Na, nicht so gerne. Ich mag nicht so dieses... Thriller. Ja, es ist mehr Thriller, würde ich auch sagen. Ja, also es ist richtig cool. Es ist richtig cool gemacht. Ist fast schon ein Film, ne? Es ist ein Film, also es geht anderthalb Stunden eine Folge, deswegen gibt es nur vier pro Staffel. Yes. Und ja, dann Sherlock. Und du musst den letzten jetzt noch nennen. Und Lucifer. Lucifer, ja. Wobei man sagen muss, dass die zweite Staffel erst richtig gut wird, ne? Die erste ist auch wieder... Ja, das ist teilweise so... Also ich feiere den Humor teilweise einfach richtig. Ja. Weil das ist einfach so... Es ist schwer zu beschreiben. Es ist so... Sehr, sehr cool gemacht. Ja, sehr cool gemacht. Ich erzähle einfach nichts. Zwei Folgen sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dann geht's ab. Genau. Haben wir noch eine Serie vielleicht, unabhängig von der Top 5? Was haben wir denn noch so geguckt? Tabu haben wir geguckt, aber das haben wir jetzt nicht so gefeiert. Da wird, glaube ich, auch die zweite Staffel besser. Ja. Und dann haben wir noch das mit den Gods. American Gods, das ist übelst gewöhnungsbedürftig, Leute. Also wenn ihr irgendwie nicht auf alternative Kunst steht oder so, dann zieht euch das mal nicht rein. Die Bücher sollen aber mega sein. Was haben wir noch geguckt? Ja, wir haben... Das war's auch eigentlich, ne? So, wir haben noch True Detectives und so. Ich habe früher Breaking Bad geguckt. Aber das sind so die Serien, die wir geguckt haben oder aktuell gucken. Ich glaube, wir haben auch nichts vergessen, oder? Mhm. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Essen. Bis gleich. Lähnchen, was geben wir jetzt essen? Thai. Was? Thai? Das können wir mal wie aus der Pistole geschossen. Das haben wir schon abgemacht. Das haben wir schon abgemacht, aber man weiß ja nie. Meistens ja nicht. Die Frage, änderst du noch deine Meinung? Stimmt. Nee, eigentlich nicht. Haben wir einen Regenschirm, Baby? Ey, das Wetter in letzter Zeit ist so. So, das soll ja alles noch jugendfrei hierbleiben, deswegen sagen wir jetzt nichts. Ja, einen sehr, sehr wunderschönen Regenschirm. Ein Burberry-Regenschirm. Läuft bei dir. So. Holen wir den Bonzenschirm mal. Ach, Leute, ich glaube, der Sommer ist schon vorbei. Ich glaube, die nächste Woche... Nächste Woche wird's 30 Grad. Nee, zwei Tage, Schatzi. Sonst ist nur Regen. Die nächsten sieben Tage sind fünf Regentage und zwei sonnige Tage. Vorspeise-Sommerrollen. Super lecker, kann ich empfehlen. Mit Huhn- und Schrimpsfüllung und einer leckeren Soße. Ich hab einen Thai-Curry mit drin und sie hat einen Mango-Curry auch mit drin. Guten Appetit, hier ist es viel zu laut, aber gleich erzähl ich mehr dazu. Hoffentlich, wenn ich's nicht vergessen. Was tust du mir hier an? Muss ich denn Essen wieder essen? Das ist mein Essen gewesen. Das ist jetzt weg. Und hier ist, muss ich wie immer auch noch essen. Ja, wir hatten halt das Zimmer wohl. Das schützt dann nichts, wenn wir können shredden hier. Du musst auch shredden. Gleich zwingt sie mich auch noch Ben & Jerry's zu essen. Das ist so kalt für die Wurde, es geht tot. Wer musste wieder die Karte bezahlen? Natürlich ich. Und einen kleinen Makro-Check gibt es natürlich jetzt auch. Also ich würde schätzen, wir hatten 100 Gramm Carbs pro Mahlzeit, also pro Teller. Ungefähr 35 Gramm Eiweiß, vielleicht eher 30. Und um die 30, 35 Gramm Fett. Ich hatte natürlich ein bisschen mehr. Ich hatte wahrscheinlich so ein Fünftel von Lenas Teller. Das heißt, diese Werte mal 1,2 nehmen und dann habe ich meine Makros für diese Mahlzeit. Und dann sehen wir uns auch gleich. Bis später. Hallo, ein Erdbeermilchshake groß bitte. Erdbeermilchshake groß, ja. Und ein McFlurry mit Smarties und Schokosoße. Smarties und Schoko, ja. Mit vielen Smarties bitte. Ja. Wie sie jetzt einfach mal eine Smarties-Packung aufgemacht hat. Ne, für uns. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao, ciao. Da ist es. Da ist es. So, jetzt kann man sich immer ein bisschen Eis nehmen, ein bisschen Peanut Butter, ein bisschen Oreo. Und dann probiert man das Ganze mal. Mh, ultra gut. Und dann probiert man das Ganze mal. Vielen Dank.